So und schon geht's weiter bei Resident Evil Zero. War in der letzten Aufnahme schon etwas kryptisch mit dem Gas. Jetzt haben wir wieder zum Lesen. Notizen der ersten Untersuchungseinheit. Die Durchsuchung der Anlage zeigt, dass viele der Chemikalien erhalten geblieben sind. Die Lagerbehälter sind zum Glück noch alle voll. Wir haben gerade erst begonnen und vieles ist noch unklar. Aber es scheint, als könnten durch Mischen der Chemikalien neue Substanzen erstellt werden. Die Chemikalien sind überall verstreut. Nicht wegen des Unfalls, sondern infolge schlechter Organisation. Wenn wir die Anlage wieder eröffnen, müssen wir ein System für den Umgang mit diesen Stoffen entwickeln. Auf der Rückseite der Notiz ist etwas gekritzelt. Rot plus Blau ist gleich Schwefelsäure. Grün plus Rot ist gleich Verdünner. Ja, für später wahrscheinlich hilfreich. Rebecca ist zum Glück jetzt geheilt. Spiegel, Spiegel, Spiegel an der Wand. Wer macht dir den größten Fail im ganzen Land? Ja, ich. Da gehe ich jetzt nicht mehr rein. Ne, ne, ne. Das ist immer mit dem Rätselgrad ein bisschen giftig. Zu giftig. Schaue ich lieber in die andere Tür rein. Vielleicht bin ich da erfolgreicher. Ja, ja. Weil das war jetzt in der letzten Aufnahme verdammt blöd. Ich glaube, man muss nur eine Figur oder ich glaube, entweder nur eine Figur verschieben oder alle in der richtigen Reihenfolge. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr und ich will es nicht wirklich riskieren. Billy? Ah, da ist Billy. Ich bin schon richtig, oder? Ja, ich bin immer richtig. Auch wenn ich falsch bin, bin ich trotzdem richtig, weil... Ich das so sag, ne? Nein. 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 Nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Billy ist auch fucking kritisch. Warte, ich habe eine Idee. Da habe ich jetzt eine wunderbare Idee. Die nennt sich Billy in der Halle lassen. Aha. Das ist nämlich wunderbar. Aber da gebe ich Billy mal schnell die Farbbände. Und die Granaten. So. Ich kann es mir jetzt echt nicht erlauben, dass Billy drauf geht. Der braucht nur noch einen, allerhöchstens zwei Schläge. Dann ist er tot. Allerhöchstens zwei. Weißt du was? Ich muss jetzt hier schneller rennen. Kann ich mir so nicht erlauben. Hi, 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 hi. Hey, hey. Nein, nein, nein. Ich schaue jetzt allein dahin. Warum? Weil ich kann. Vielleicht brauche ich Billy hier noch gar nicht. Ich glaube, den brauche ich später hier. Bin mir jetzt gerade aber nicht 100%ig sicher. Warte, liegt da sonst noch was? Nö. Okay, okay, okay. Kein Zombie. Ist schön. Was haben wir hier? Eine Nachricht ist in das Bedienfeld eingraviert. Die drei Grundprinzipien der Umbrella Corporation. Ja, da stand ja auch was in einer Notiz. Und ich kann ja nichts drücken. Ich kann ja nur was reintun, oder? Drei Grundprinzipien. Das Grundprinzip ist einfach, seid Arschlöcher. Also siehst, hätte ich Billy nicht mal braucht. Nee, hätte ich ihn gar nicht braucht. Und der wäre mir vielleicht nur draufgegangen am Ende. Nee, das wäre es mir nicht wert gewesen. Aber ich habe wenigstens Pistolenmutation wieder eingesammelt. Das ist schon mal etwas. Aber ich habe wenigstens ein bisschen was. Und ich kann Billy ein bisschen was geben. So, da ist er. Seuf mich. Okay. Von mir aus, wenn es sein muss. Er hat nämlich gar nichts mehr. Naja, okay. Vier Schuss hat er noch. Dann gehen wir um 15. Ja, ist immer großzügig. Ich muss gerade überlegen, wo die dritte Tür war, die aufgangen ist. Ah. Waren hier nur Messer, oder? Ja, hier waren nur Messer. Äh. Das ist jetzt echt, ich sag, eine gute Frage. Weil da ist noch eine versperrte Tür. Nee, in die Tür komme ich nicht rein. In die Tür komme ich nicht rein. Nee. Oder ich könnte in der Theorie mal kurz dann alleine hinschauen. Lass ihn nochmal schnell alleine. Das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, die ich habe, aber war ja auf der Karte schon rot, die Tür, also komme ich da gar nicht rein. Von dem her. Ja, ja, scheiß Insekten. Wo ist da die dritte Tür? Ja, das war stimmt genau, Wasser. Ja, ja, Wassermotiv. Ja, ja, dachte immer schon fast, dass ich da nicht rein kann. Brauche ich noch so einen Wasserschlüssel. Puh. Jetzt muss ich gerade überlegen. Hm. Ich glaube, ich werde jetzt noch speichern und dann werde ich erst mal einen Break machen. Weil ich habe gerade keine Ahnung, wo es jetzt gleich wieder weitergeht. Okay. Nee. Gerade keine Ahnung. Und ich will nicht wieder dahin gehen, wo Markus ist. Weil selbst wenn ich jetzt auf die Karte glotz. ich sehe keinen Weg. Ja, okay. Wenn ich jetzt, das sieht man es ja nicht, aber da, wo die Pfeile sind, also da, wo Rebecca und Billy steht, gleich da die Tür rein. Dann da, wo es doch die Treppen runtergegangen ist, wo ja eigentlich der Dampf war. Das wäre jetzt gerade die einzige Idee, die ich habe, aber da komme ich wegen dem scheiß Dampf nicht durch. Nee. Ich sehe sonst nichts, wo ich noch nicht war. Nee. Keine Ahnung gerade. Ah, das wäre jetzt eine Idee von mir. Aber das schauen wir dann in der nächsten Aufnahme an. Da speichere ich jetzt erst einmal drauf. Ja, Daten aufzeichnen. Bitte. Boah, echt gut, dass ich den zweiten Spiel schon angelegt habe. Pay. Ich brauche definitiv. Ja, erste Hilfes-Ray wäre auch nicht schlecht. Dann wäre Billy gleich wieder gesund. Gut, dann mache ich hier jetzt einen kleinen Break. Sag mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da, Daumen hoch, teils mit Freunden, Bekannten. und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020